Wir besorgen uns eine Spitzhacke. Kommt echt nichts. Ach Gott, ich versuch's aber mal. Ich kann die Musik eigentlich nicht so. Hab aber... Hä? Muss doch jetzt eigentlich gehen. Eigentlich müsste es gehen. Egal. Dann machen wir einfach mal eine stille Folge oder zwei. Kann ja auch mal sein. So stein. Da, sehr schön. Das ist mit den Spitzhaken und den Blöcken. Die unterscheiden. Das kommen langsam durcheinander. Das sollten wir so einfach lassen, wie es ist. Das kann ich dann nicht machen. Direkt Kohle. Wir brauchen aber keine Kohle. Ich denke okay. Das ist mit dem Spitzhaken. Naja, eigentlich könnt ihr mal erzählen, warum ich eigentlich das Let's Play angefangen habe. Warum ich mein Schaft-Let's Play. Und zwar möchte ich damit erreichen... What the fuck? Und ich höre Musik. Okay. Ich glaube, es reicht auch mit dem Stein, oder? Ja, da müssen wir jetzt noch was holen. Ich glaube, es kommt Musik. Äh, hier. So, 36. Na, es wird nicht reichen. Darauf habe ich jetzt viel zu spät geachtet, das tut mir leid. Gehen wir nochmal runter hier. Kram uns hier mal so... Oh Gott, ey, bitte. Welche Skelette. Da sollten wir mal auf den Grund gehen. Shit. Nächster. Es ist dunkel. Huch, da geht's runter. What the fuck? Wo habe ich denn bitte schon überall Löcher reingeschlagen? Und jetzt hat diese Musik wieder aufgehört, ne? Komische Musik. Hier unten gibt's auch kein Licht. Hier können super Monster spawnen. Wir könnten mal so eine Monster spawnen Falle machen. Wir wollen großen Raum ausheben mit Wasser und dann Glas und dann mit Trichtern und alles, wo das aufgefallen wird. Und dann hat man eine Monster farm, die sollten wir wirklich mal bauen. So, hier kann man sich sehr leicht verirren. Aber hier geht's hoch. Gut. So, ich hoffe, ein Stack und... 35 reichen. Ähm... Vielleicht sollten wir uns doch erstmal schlafen legen. Ich hab nämlich keine Lust, dass wieder ein Creeper oder Rechtsanwalt da irgendwie die Bude wegsprengt, ne? So. Guten Morgen. Und dann geht's wieder auf hier. Ufte Brücke. So. So, es ist jetzt wieder soweit. Jetzt können wir jetzt hier mal weitermachen. Und zwar würde ich sagen, hab ich da schon mal eine Idee, wie ich die Struktur machen kann. Wir geben jetzt erstmal die Struktur aus ohne Schaufel. Eine Frage. Hört man mich eigentlich auch auf beiden Kopfhörern? Ja, super. Muss ich immer mal wieder gucken. Ich hab nämlich einen Wackelkontakt bei einem meiner im Anschluss. Und, ähm... Da kann es sein, dass man mich nur auf der linken Seite hat. Ist zum Glück noch nie vorgekommen, aber... Kann passieren. Und wenn, dann entschuldige ich mich dafür. Ich bin auch nur ein Mensch, mach auch nur Fehler, ne? Na? Oh, das dauert aber schon recht lange ohne Schaufel. Ganz ehrlich. Mit einer Schaufel und Effizienz 5 ballern wir da einfach mal alles weg, ne? Würden wir eigentlich alles wegballern. Dann, 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 dann... Shit. Ach da. Ich sehe, ist in die Spitzsache voll mal weg, hab ich mir gedacht. So. Das ist das Erste hier. Der Weg geht da ganz bis nach hinten durch. Machen wir mal solche Abstände. Ich weiß nicht, wie viele Blöcken dran. Dann wieder eine Reihe. Dann haben wir es ja gleich geschafft, ne? Jetzt müssen wir mal gucken. Eins, zwei... Hier würde ich sagen. Eins, zwei, drei... Hier einfach mal wieder an. Ich habe natürlich Erde hier. Boah, krass. Damit kann ich jetzt endlich das Gebiet hier ausfüllen. Wie wir auf eine Ebene kommen. Das kann jetzt echt ein bisschen dauern. Also, ich habe irgendwie immer noch erzählt, warum ich mit Minecraft jetzt bei angefangen habe. So. Jetzt wollte ich es mal erzählen. Und zwar, ähm, möchte ich, ähm, mit der Community, das seid ihr Zuschauer, egal ob nicht, Abonnenten oder Abonnenten, wollte ich vielleicht über Themen reden, die im Leben vielleicht so interessant wären oder was, was vielleicht im Leben noch kommt. Und was für den Sinn das Leben ergibt. Aber so, vielleicht so eine Philosophie-Stunde oder sowas. Keine Ahnung. Im Let's Play halt so ein bisschen, ne? Und, äh, dafür habe ich jetzt meine Eigenschaft genommen, weil das, ganz ehrlich, das ruhigste Let's Play ist, das ich jemals hatte. Also, das ist, merke ich jetzt schon so in den ersten, 17, 18, 19, 20 Folgen oder wie wir jetzt schon hier hinterher ganz zurückgelegt haben. Haben wir natürlich schon viel gemacht, viel geschafft. Und ich habe keinen Staden. Und, ähm, deshalb möchte ich vielleicht mal, äh, es ist so ein sehr ruhiges, ein ruhiges Let's Play werden und mal gucken, wie viele Folgen wir da erreichen werden. Weil, es ist wie bei The Forest, 100 Folgen habe ich jetzt nur noch mit Mühe geschafft. Ich wollte bei Minecraft ein bisschen mehr jetzt hinkriegen, aber es ist ja das Ding, wie immer, es kommt immer das Gleiche. Äh, wir fällen ein Baum. Wir, 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 wir macht's zu Holzplanken. Wir verarbeiten das Holz. Und dann bauen wir das Holz, bauen wir irgendwelche Sachen und, äh, schlachten Tiere ab und töten Zombies oder sowas. Und, ähm, vielleicht habe ich mir, ich habe mir jetzt auch noch gedacht, vielleicht sogar eine Mod reinzulegen, ähm, in den späteren Folgen, wenn wir schon alles so aufgebaut haben. Einfach mal, um zu gucken, ähm, ob ich, ob das gleich so ein bisschen interessanter wird, wenn man dann eine Mod rein tut, ne? Ich weiß ja nicht. So, jetzt müssen wir erstmal gucken. Natürlich, doch, da habe ich eine Spitzhacke. Ich wollte gerade sagen, hier haben wir einen schönen Steinbruch, hätte ich fast gesagt. Und, äh, ja, mal gucken, wie das Let's Play wird. Ich bin sowas von gespannt, wie, was wir erreichen werden. Also, vorerst haben wir, äh, viel erreicht, aber trotzdem haben wir immer nur wieder dasselbe gemacht, hä? Und das ist dann halt so eine Sache, also, da fragt man sich, warum macht man das Let's Play, weil man immer nur dasselbe macht. Und ich wollte es zur Folge 100 durchziehen. Ich habe es auch durchgezogen. Mit Legs, mit allem. Ähm, und ich hoffe, dass dieses Mineshaft-Let's Play besser wird. Dass es einfach mal die andere Seite davon wird. Im The Forest Desperate hatten wir wenig Musik oder gar so wie keine Playlist an oder sowas. Hier versuche ich jetzt eine reinzubringen, damit das gleich ein bisschen anschaulicher wird, die ganzen Szenen und so. Und, ähm, ich glaube, ich werde die Playlist, wenn ich keinen anderen Ausweg finde, wieder reinnehmen. Und die Bewerbung halt weiter rausschneiden müssen. Aber jetzt habe ich irgendwie, jetzt habe ich gerade den, Jetzt habe ich gerade die Lust verloren. Ich habe einfach die Lust verloren, die Playlist anzumachen und dann, ja, da habe ich auch sozusagen ein bisschen die Angst, dass da die Werbung zum Vorschein kommt. Ne? Wenn sie zum Vorschein kommt, wie beim ersten Mal, müsste ich sie eigentlich übertölen oder, keine Ahnung. Äh. Man hört auch immer. Man hört es immer. Also ich könnte natürlich die Musik so leise machen, dass man die so ganz klein ein bisschen hört, aber dass man die Werbung überhaupt nicht mitbekommt. Aber das geht. Es ist schwierig. Es ist schon verdammt schwierig. Das muss man einfach mal sagen. So. Na, so. Okay, damit hätten wir es. Jetzt, äh, müssen wir mal gucken. Sechs Zepplings haben wir. Ich fälle nochmal ein paar Bäumchen, Popäumchen. Da wurden mir eben die Maus wieder zu schnell. Kennt ihr das, wenn die Maus-Anpapie zwischen mir wird? So was hatte ich ungefähr. Ich werde gleich mal Minecraft neu starten. Einfach zu gucken, ob diese Playlist in Minecraft, wie sie sich anhört. Wahrscheinlich spielt die jetzt nämlich nichts. Und das mache ich dann gleich. Ich nehme mal. Ja, Musik ist 100. So, Zepplings haben wir auch genug. Der Stein, der steinige Weg. So. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht können wir so ein... Das ist jetzt nur so ein erster Schritt, ne? So ein Grab. Vielleicht so. Dann, ich weiß nicht, ob das gut aussieht. Oh Gott, das sieht sehr klotzig aus. Sieht sehr klotzig aus, aber andererseits sieht es vielleicht sogar ganz okay aus. Haben wir kein Kies? Wir müssen doch... Warte mal. Wir müssen doch mal Kies am Strand haben. Oder... Lehm. Lehm. Ich brauche nämlich Kies... Ja, hier. Kein... Kein Flinzerte. Gut. Ich brauche nämlich Kies für grobe Erde, wo kein, glaube ich, kein Gras drauf wächst. So. Ich weiß nicht, ob das reicht. Hier erstmal sowas und dann können wir mal gucken. Ich glaube, ich weiß, wie das ging. Ja, viermal grobe Erde. Grobe Erde. Ich bin mir... Ich finde das... Ich finde das Kreuz zu holzig, so zu fett. Vielleicht könnte man da noch was anderes machen. Andererseits wüsste ich nicht. So, wie gesagt, ich werde jetzt mal kurz Minecraft neu starten lassen, ob das dann mit der Musik klappt. Wenn nicht, dann werden wir weiterhin eine Folge stumm so machen. Ich würde sagen, bis gleich. Ciao.